Für euch. Gut für ihn, und das steht bei Moneyboy. Yeah, 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 okay, yeah, babe, ich kann mich noch erinnern, als sie am Rummelplatz war. Als sie am Rummelplatz war. Es war ein Herbsttag, und die Blätter lagen auf dem Asphalt herum, auf dem Asphalt herum. Du hattest Ack-Boots und ne Leggings an, wow. Du warst so übertrieben sexy an, an diesem einen Tag am Rummelplatz. An diesem einen Tag am Rummelplatz. Es war ein Herbsttag, und zwar der 1. November. Ich hab noch immer ein Herz drin in meinem Kalender, um den Tag niemals zu vergessen. Es ist für mich fast so wie gestern. Du warst nicht mehr Mädchen, sondern auch meine beste Freundin. Ich seh' dich in meinen Träumen, werde immer von dir träumen. Bis zu dem Tag, an dem wir uns wiedersehen. Yeah! Wir haben viel gelacht, wir haben uns geküsst. Bis du sagtest, dass du mir etwas sagen musst. Yeah! Und du sagtest mir, dass du ne seltene Krankheit hast und nur noch 5 Tage zu leben hast. In diesem Augenblick blieb mir die Luft weg. Meine Knie wurden weich und ich musste weinen, aber du hast mich getröstet. Und du warst am ganzen Rummelplatz, die Allerschönste. Und wir lebten für den Moment und hatten die besten 5 Tage auf dieser Welt. Ich vermiss dich so, babe. Ich kann mich doch erinnern, als wir am Rummelplatz waren, als wir am Rummelplatz waren. Es war ein Herbsttag und die Blätter lagen auf dem Asphalt herum, auf dem Asphalt herum. Du hattest Ackboots und Nelegings an. Wow! Du warst so übertrieben sexy an, an diesem einen Tag am Rummelplatz. An diesem einen Tag am Rummelplatz. Das war die Foot Boys. Aufliste Money Boy aka Fjör.